Platz 5 Elkezon 18,5 Millionen Euro Im Januar 2016 wechselte der Brasilianer innerhalb der chinesischen Super League von Guangzhou Evargandi zu Shanghai. Bei seinem ersten Verein wurde der Mittelfeldspieler zweimal Meister und 2015 zudem Torschützenkönig. Platz 4 Ramirez 32 Millionen Euro Der brasilianische Nationalspieler verließ zum Jahresbeginn den FC Chelsea und wechselte nach China zu Jingzu Sunin. Für seinen neuen Klub erzielte Ramirez bisher in 16 Einsätzen vier Tore. Platz 3 Jackson Martinez 42 Millionen Euro Nach nur fünf Monaten bei Atletico Madrid verließ der kolumbianische Nationalspieler im Februar die spanische Primera División und wechselte nach China zu Guangzhou Evagrandi. Dort unterschrieb der 29 Jahre alte Stürmer einen Vierjahresvertrag. Platz 2 Alex Teixeira 50 Millionen Euro Nach fünf ukrainischen Meisterschaften wechselte der Brasilianer im Winter von Schachtjordoneck zu Jingzu Sunuin. Der 26-Jährige hatte damals auch auf der Wunschliste von Liverpools Trainer Jürgen Klopp gestanden. Platz 1 Hulk 56 Millionen Euro Für die asiatische Rekordablöse wechselte der brasilianische Angreifer Ende Juni nach Shanghai. Hulk verließ damit nach knapp vier Jahren den russischen Champions-League-Teilnehmer Zenith St. Petersburg und setzte sich an die Spitze der teuersten Neuzugänge der chinesischen Super League. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017